Zur Einstimmung des Lichterfestes in Perleberg am 1. Dezember hat die Bürgermeisterin Annett Jura in den Hörturm geladen und mit der Lesung einer Weihnachtsgeschichte viele Kinder und Eltern erfreut. Danach startete der Lampion-Umzug durch die Innenstadt bis zum großen Markt. Als dann am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus die Festbeleuchtung erstrahlte, wurde die besinnliche Vorweihnachtszeit endgültig eingeläutet. Das Fest wurde mit weihnachtlicher Musik begleitet und es gab sogar Geschenke, worüber sich viele Kinder freuen durften.